Ich habe für mich zum Beispiel auch Probleme, diese Idee der EU zu greifen. Aber ich merke immer wieder, dass die EU gerade durch diese persönlichen Dinge funktioniert. Und das ist immer ein sehr schöneres Projekt, dass die EU nicht wichtig ist, dass die EU nicht wichtig ist, dass die EU nicht wichtig ist, dass die EU nicht wichtig ist. Und die EU nicht wichtig ist, dass die EU nicht wichtig ist, dass die EU nicht wichtig ist. Und das ist immer wieder, dass die EU nicht wichtig ist, dass die EU nicht wichtig ist. Und das ist immer wieder, dass die EU nicht wichtig ist. Und das ist immer wieder, dass die EU nicht wichtig ist.